was geht meine freunde wir uns da am start für euch begrüße euch zu einem neuen dpl buy in video diese woche leider leider ohne drolx weil relativ kurz gab es drei einkaufen diese woche also entweder sparen alle oder alle haben es vergessen oder keine ahnung wir fangen an mit vincent ist auch unser erster einkauf diese woche er kauft sich ein flurgus und haut sein marmoli daraus letzte woche gekauft hat sie mir gesagt es ist doch nicht so der bringer gewesen und ja flurgus sehr sehr gutes feen pokémon sehr schön defensiv und auf alle fälle sehr sehr gute wollen seinem team finde ich sehr sehr ausgeglichenes team besetzt schön schnell bin ja schön schnell und noch ein paar defensive pokémon mit drin lässt sich bestimmt und auf jeden fall ganz gut spielen würde ich meinen die pinke front kauft sich momentan auch nichts neues genauso wie silva der vorher meinte oder hinterher meinte aber so gesagt hätte vielleicht auch was kaufen sollen prox hat ein starkes team schade man kann nicht alles haben aber kann ich alles haben aber silva bis jetzt auch ein sehr starkes team ist schon sehr sehr in der vorbereitung für die season 2 da gibt es demnächst auch ein paar neue informationen welche kandidaten dabei sind welche signatures dabei sind und wartet mal ab also schätze mal so in den nächsten zwei wochen gibt es die ersten infos so forrest grunt jannik schmeißt sein im mungus raus und kauft sich dafür ein griff held ist dieses komische und licht adler ich bin ich nicht so der fan von mag ich ehrlich gesagt nicht wirklich aber sehr sehr schönes defensives pokémon kann die vorgelernt und ja warum nicht warum nicht wenn sie seinem team passt ist ja nix dagegen zu sprechen ja treuks kauft diese woche übrigens auch nichts treuks falls du siehst ich vermisste ich jetzt schon es fällt mir schwer nackt hier zu sitzen ohne dich so bene kauft sich diese woche auch nichts niemand kauft sich diese woche nimmt auch bei seinem team mit seinen zwei mega pokémon die maromare resultaten also pokémon tutorial tv oder daniel kauft sich auch nichts mein gegnern diese woche wie es wird kann ich euch nicht sagen ich habe bis jetzt noch nicht gespielt und relativ unvorbereitet gehe ich an die sache ran also ich habe ein team gebaut ob es klappt weiß ich nicht mal gucken einfach mal schauen ja lauras und die indigos illusions bleiben auch bei ihrem team eventuell haben wir schon gesagt vielleicht noch kickle austausch gegen anderes kann auch pokémon wie wie schuhe oder so dann ist das ein sehr sehr schlagkräftiges team so rampage charmant von takeru kauft sich diese woche ein chiller bell und schmeißt sein klickt die klack endlich raus ist also ein pokémon was ich irgendwie nie verstanden habe das ist in einer bestimmten situation ganz gut wenn es sich nicht boosten kann aber sobald es nicht dazu kommt ist es eigentlich bloß sicherer tod oder sicherer punkt für den gegner und ja versucht gegen den habe ich mir sagen lassen sehr auf krits und glück zu setzen also ich bin gespannt was dabei rumkommt und wie der kauf ausgeht letzte woche bene verloren gegen gegen silva sehr sehr mies eigentlich aber es ist ein pokémon da gehört hex dazu und damit muss man dann auch leben können so und ich kaufe mir diese woche auch nicht ich habe wahrscheinlich erst nächste woche wieder etwas kaufen was dann rauskommt werdet ihr dann sehen das war es dieser woche ganz ganz kurz und bündig lade ohne trojks wie gesagt aber ja was wir machen muss drei leute irgendwas kaufen lohnt sich das auch nicht fällt dass ich trojks einlade und ich musste sowieso etwas schnell das video produzieren denn wie gesagt ich bin sehr sehr stark in Vorbereitung an dpl season 2 und er bleibt sehr dafür auch weit an mir hängen weil ich halt das grafikgenie bin über dem ganzen und ja wie gesagt lass uns überraschen in den nächsten wochen gibt es mehr informationen dazu und das war es von mir bis zum nächsten mal haut rein und ciao